Hey Troop, do we have a plan here? Go, go, go! Okay. Hey, hold up, dude! Ähm... Einfach au... Aussetzen hier... Ähm... Oh, ne. Troop will, dass du die Zutritt zum Forschungsderbau von Area 69 verschaffst und ihnen das schwere Projekt... Oh, was? Einfach so wenig Bunker-Komplex Area 7, durch die gepanzerten Türen... Alter, wat? Ich habe nicht mal die Waffen dafür! Junge! Hatte mal einer gesagt, dass die Mission jetzt kommt? Holy fuck! Ich weiß nicht, ob ich das noch kann. Vor allem guck dir an, was die für Waffen haben, neben der AK. Okay, das wäre natürlich auch sehr schlau. Okay, ich habe doch ne Waffe bereitgest... Okay, das ist ne... Das habe ich... Okay... Dann fangen wir einfach mal an... Okay... Ich habe nicht mehr Verdacht geschickt... Ne... Ne... So, da geht das Scheiß-Din nicht... Hier ist aber ne Weste versteckt... Puh... Puh... Okay... Ja... Mit ner Raketenwerfer schießt sich die alle runter... Ähm... Tot! Das hört niemand! Tot! 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 Nein! Stimmt, ich muss aufpassen, wer das sieht und alles! Weil sonst... ähm... schalten wir auf den Alarm an und dann geht sie rund! Das darf ich nicht vergessen! So, die patrouillieren in den Zweier rein! Ich sammle gleich mal hier die... Nein! Wo geht denn der jetzt wieder hin? DJ, du darfst das jetzt nicht alles verbocken! Okay, der hat nichts gedroppt! Das ist natürlich super sicher, so ein Sperrgebiet von Leuten unbewaffnet reinzulassen! Die haben alle nichts gedroppt! Was ist das für ne Drop Rate? Okay, dann... Ich muss mal irgendwie anders ins Zutritt verschaffen... Okay, der hat jetzt gedroppt, aber ich weiß nicht, wo die Scheinwerfer ihre Route haben... Scheiße, ich seh da nichts! Boah! Ich schalte einfach die ganze US-Armee aus! Warum nicht? Heftigste Armee der Welt! Oh! Was ist das, Scheiße? Tot. Alter Falter. Das war das hier eigentlich, wieso muss ich hier irgendwas machen, oder war das jetzt hier ein Checkpoint oder was? Ne, die Tower fokussieren uns jetzt an, die haben jetzt alle Leute auf uns geschickt, aber die, das ist jetzt zu spät, kann man so sagen. Hier ist der Schacht, wo wir rein müssen, oder, wenn das der ist, ja, das ist der Schacht. Ähm. Sonst ist ja nix. Na gut. Das reichte ich schon. Mal geht man ja, glaub ich, die große Tür, aber ich bin immer da hinten langgegangen. So. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Guck dir mal an, was da steht. Ähm. All personnel wishing to go to Shazam tonight, please inform your reception at your earliest convenience. Alter, bitte. Mach Ruhe. Gibt's irgendwas noch? Nochmal Soldaten. Achso, wir hätten noch leise machen können, wir haben dann nur den Alarm jetzt getriggert. Na, ist egal. Heute ist das Menü in der Kanteen. 5 Mäste können von Menschenresultaten beordert. Hauptsache, wir können ja mal diese Waffe ausprobieren. So, ich schieße die einfach alle mal um, weil die Moni ist halt nicht kostbar. Und generell will ich hier mich auch ein bisschen mal umschauen, ich war ja so selten. Alter, aber das ist gequatscht, der geht mir auf den Sack. Moment mal. Was ist das? Was ist das? Nein. Nein. Genau. Terror im. Ich bin mir die Läge sicher, dass sie alle die Karten befinden, bevor sie heute verheben. Ich bin nur noch. Ich bin meine Pass-Card und geh! Ich bin nur noch. Ich bin nur noch. Ich bin nur noch. Ich bin nur noch. und hier war er hat er hat mit einem neuen wo waren es scheiß Ding ist mit dem mit dem mit dem dem Abschalten von dem Teil es muss ja hier irgendwo sein großen wo ist denn das muss ich auf jeden Fall abschalten sonst hab ich da ein Problem warte mal da unten geht es auch lang was soll hier für leben schutzfeste ok es ist nur so ein Durchgang für Safety und so ein Zeug ok ist es da hinten oder da hinten ist es auch rein da war ich noch ok da komme ich nicht rein hier war man nämlich noch gar nicht ja da ist es hier ist aber niemand Bodenluft Raketen wurden deaktiviert jawohl jetzt geht es zum Black Project ein Mann gegen die Armee das haben wir doch easy eigentlich durchgeschafft aber noch sind wir nicht draußen so ich meine kommt kein Gelaber mehr so ich meine kommt kein Gelaber mehr der Count dann zum Untergang läuft moin ich bin wieder da ui ich bin wieder da und man Hier unten ist keiner mehr. Es waren alle super bewacht. Der ist da eigentlich als in Geld liegen. Okay, wir müssen jetzt fliehen. Wie hebe ich denn ab? Innen kann man aus, dass der obert. Der Intruder ist die Jetpack. Alle Militärpersonen, außen auf Feuer und Will. Geh ihn raus! Das ist ein 60 Millionen Dollar Projekt. Geh den General Mills auf der Linie! Ja, das war ja easy, ne? Wenn man will, dann kann man es. Also ich würde sagen, dass wir die Missions heute noch auf dem Land fertig machen, damit wir dann bei der nächsten Session auf jeden Fall in der Stadt Las Venturas dann Vollgas geben können. Aber da wird es dann... Damit wir dann halt perfekt vorbereitet sind, dass wir dann nächstes Mal dort weitermachen können. Da wartet er schon. Im Hügel hat er uns einfach ausgesetzt. Also der Truth ist echt schon ganz komisch. Oh, Dude, man! Ja, man! Hey, hier du geh. Du besser staschen dich irgendwo, fast. Far out, have a nice trip, dude! Hey, warte! Ah, was it too much to ask to get a lift in the town? Junge... Naja... Also der Formel... Haben wir halt geschafft, nichts zu bekommen. Also kein Geld, aber... Du kannst dieses Fahrzeug drüben bei Isla Basin Doktor transportieren. Das müssen wir eigentlich auch mal so ein bisschen machen. Damit wir das auch mal gemacht haben. So, haben wir jetzt nichts Neues mehr. Den Speichert drüben. Oh, Moment mal, es kommt doch noch eine Mission, oder nicht? Warte mal. Lauf, jetzt dann. Hey! Karl! Es ist mir! Die Truth! We got a date with Destiny, man! In about 5 Minuten! Wo you at? At the old airplane graveyard you been hanging around. Siehste, da kommt noch was. Das ist, glaub ich, dann die letzte von Flüchtlingen. Dann kommt das Jetpack jetzt zum Einsatz. Ich find's eh gut, dass ich das jetzt alles zur Suche gezogen hab. Ich hab damit eigentlich gar nicht gerechnet. Weil jetzt haben wir das Jetpack! Bevor wir überhaupt nicht in den Stratt kommen. So, ich hab das damals ja nie so gemacht, aber naja. Mau! So! Badduggets! Also Badduggets! Gringo! Damn! Where is this foe? Woah! Shit! Hey man, look out! The new age begins here! Say what?! Not all fantastic things are lies, Carl. Today we'll know everything! Oh, I can hardly wait. I hear knowledge is truly sacred in this part of the world. Man, I've tried, but I can't fight for shit. You better do it. Land on the train. Kill the guards. Get in and steal the stuff. Oh yeah? What stuff? I don't know yet. Oh! You don't know yet. I was starting to think you was a lunatic. What do you mean you don't know yet? You'll be stealing the answer. Look. Fly the jetpack, land on the train, and steal whatever they least want us to get. Shh! Listen. They're coming. We better go. Peace on earth, dude. I'm doing it. He knows it. He knows it. Okay. Yeah. Also, it's a turn. Exactly. Let's go! So, dann flyen wir our way. Toll. Alter, das Fliegen ist dann ein bisschen schwierig. Es wird jetzt nämlich ein bisschen gefährlich, was wir da oben machen. Ich hoffe, ich kann das Jetpack ganz normal darauf landen. Jejeje. Scheiße. Das hat natürlich jetzt viel gekostet, aber da liegt schon eine Waffe. Boah, das ist ein bisschen schwierig hier. Ich muss das Ding irgendwo abparken. Wie kann ich das überhaupt? K. X. C. F. Wie lief jetzt das Ding denn? Oder geht das hier oben gar nicht? Wie ziehe ich das Ding aus? D. Q. F. T. U. Kann ich das hier oben überhaupt? Das kann man gar nicht oben, das geht nicht. Oh ne, jetzt kommt der Tunnel. Aber wenn ich ja absteige, dann bin ich ja tot. Es geht nicht, ich kann das Ding nicht ausziehen. Von ich kann ja nicht fliegen und schießen. Das ist ein bisschen schwierig, siehst du eh, was hier passiert gerade. Das, wie, wie, wie soll das jetzt gehen? Also, jetzt wird dir dann viel erklärt, aber nicht so wirklich sachlich gemacht. Irgendwie. Ich kann das Ding nicht ausziehen. Normal kann man so ausziehen oder nicht? Oder irgendwie, da hab ich da wieder irgendein altes GD-Jahr wieder gespielt. Hä? Hä? Ich will dann mit einer anderen Waffe schießen. Das ist doch das Ziel. Das ist ein bisschen schwierig hier. Ah, ich muss auf den Container. Aber ich kann das nicht. Das geht dann. Ich kann das nicht mehr zusammenlesen. Wir haben 10 37. 10 37. Jetzt bleibt doch mal stehen! Also wir fahren bald aus dem Land raus, wenn es weiter so geht, die kommen dann nicht mal voran. Hilfe. Hoppla. Also die werden auch gleich sterben sehe ich gerade, also das ist nicht so schön hier. Aber ich würde es ja gerne ausziehen, wie kann ich das denn machen? Ich habe alle Tasten so probiert. Ich hätte mir eigentlich mehr gedacht mit F oder sowas. Sind da langsam rein, wie das ist. Ich werde mich zuerst efendim mit Alex bir Abwärte sich hier hin, oben hin, oben hin, oben hin, oben, hin. Das wird nichts. Mann, was ist denn das für ein Dreck? Wieso kann ich denn nichts, das Ding nicht ausziehen? Hä? Man kann das Ding doch nochmal ausziehen oder nicht? Oder täusche ich mich da ganz gewaltig? Ich probiere das jetzt mal hier auf dem Land. Ich drücke ganz sämtliche Tasten. Gibt es ja keine Option, mein Gott, Alter. Oder haben die wieder irgendwie vergessen, das irgendwie einzubauen oder sowas? Das muss doch drin sein. Also, jetzt ohne Witz. Fahrzeug. Ja, entweder zu Fuß oder bei Fahrzeug. Naja, egal. Müsste man eigentlich bei sonstiges einlegen. Angreifen, vorringen, schnell speichern. Aber ich weiß nicht, ob die dafür eine externe Taste. Naja. Hier ist es schon mal nicht. Beschleunigen. Bremsen, Kamera. Handbremse einer Links. Karte, Nitro Boost. Hydraulik, Steigflug, Sinkflug, Premiere. Bunnyhawk, Wheelie, Stoppy. Das steht nirgendwo. Es gibt keine Taste für das. Es gibt doch keine Option für das. Heimlichkeit. Was ist Heimlichkeit? Ja, okay, dann halt nicht. Aber ich muss doch irgendwie in der Lage sein, das Ding auszuziehen. Ich muss doch irgendwie in der Stadt dann auch klarkommen. Kann ich das Ding nicht einfach droppen? Das geht nicht mehr. Ich komme da nicht mehr weg. Alter. Ich habe gerade alles durchgedrückt. Ich habe gerade alles durchgedrückt. Es geht nicht. Man kommt nicht mehr von dem Ding runter. Einmal drauf. Alter, ich... Ist man immer drauf oder wie oder was? Ist das irgendwie so einkalkuliert? Normal ja nicht. Also damals beim Tablet, da war so, da war auf der Seite einfach ein Button. Den hat man gedrückt und dann war man von Jetpack weg. Das haben die, glaube ich, hier vergessen einzubauen, kann das sein. Ich werde das mal in den Reviews nachgucken, ob da irgendwo... Also bei den Rezessionen, ob da irgendwo Leute reingeschrieben haben. Und dass man das Jetpack nicht mehr ausziehen kann. Mit F hätte ich mir eigentlich am meisten vorgestellt. Aber das... Und mit gar nichts mehr das man kann, das ist natürlich auch eine Option. Weißt du, was ich mache? Das ist so schön. Nein, 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 nein. Du musst die Waffe... Du musst erst landen und dann schießen. Also hoch jetzt erstmal. Hoch. Hoch. Genau. Ich glaube, ich werde drauf gehen. Weil er immer höher geht. Ich muss er schießen und fliegen. Alter, wir spielen One HP. Jetzt kommt der Tunnel. Ich hänge hier. Ach, Mann. Vor allem, du kannst ja nicht gleichzeitig fliegen. Stehen bleiben. Du kannst ja dann nicht... Guck mal. Der bleibt ja dann stehen. Der bleibt ja dann stehen. Ich kann ja das nicht machen. Siehste? Ich werde mal in der Review ein bisschen drüber gucken, ob ich da irgendwas erledigen kann. Weil das ist jetzt blöd, wenn wir das nicht machen können. Ähm, ja, ich kann das jetzt auch nicht beenden, die Mission, ne? Wissen Sie, was ich beende, das Game und schaue, was ich am nächsten Tag oder so erleben kann. Oder irgendwas muss das ja möglich sein. Es muss ja irgendeine Option geben, irgendwie das Ding auszuziehen. Also, das wäre echt eine Lachnummer sonst für GTA. Weil normal kalkulieren die ja jeden Scheiß ein. Also jeden unnötigen Scheiß. Aber das ist wichtig. Okay, ich habe nun mal einen Screenshot gemacht. Aber dass sie das hier nicht einbauen, das ist schon komisch. Oder ist das von einer Mission jetzt her so, dass ich an einer Mission das Ding nicht bedienen kann? Ich weiß nicht mal weiter. Leute, ich weiß nicht, ob ich da jetzt nochmal einen Versuch starten soll. Eine Versuchsaktion. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich werde es jetzt einfach nochmal probieren. Und wenn es halt nicht funktioniert, dann muss ich halt mitten in der Mission beenden. Dann kann es sein, dass ich mal nächste Folge, also in der nächsten Session, so gesagt, kein Jetpack mehr haben, dass wir das nochmal beschaffen müssen. Oder ich werde unter anderem einfach mal privat ein bisschen rumprobieren, ob ich das irgendwie gefixt bekomme. Also das ist jetzt aber wirklich ganz, ganz random. Wieso gibt es denn da keine Funktion, dass man absteigen kann? Junge, wisst ihr, alles programmieren die Reihen in den Scheiß-Game. Immer mehr, immer mit weiteren Milliarden. Aber dass man die Funktion einbaut, also nur eine kleine Siste einbaut, dass man von einem Jetpack nicht mehr abschleuen kann, das ist schon echt lächerlich. Also dass ich Oxygenatier wieder selbst bekomme. Och, Junge, jetzt habe ich dann noch die Cops am Nacken. Gut. Nein. Das Jetpack ist weg. Ich bin hingefallen und das Jetpack ist weg. Die kommen doch nicht mehr drüber. Okay. Das Jetpack ist jetzt kaputt geworden. Geht auch natürlich. So, wie soll denn da vorne gehen? So, das machen wir jetzt hier. Ich muss die doch ausschießen. Okay, die lagen aber, glaube ich, gar nicht vorher da, oder? Dreck! 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 Und da noch ein Tunnel? Nein. Scheiße, die Cops. Scheiße, die Cops. Wir haben es jetzt doch noch so geschafft, aber ich hoffe mal, dass es in Zukunft bessere Missions gibt, die etwas mit dem Jetpack ein bisschen besser eingefroben sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier in der Mission nicht so war, oder ob das... Okay. Okay. Oh, human. Du hast es, Mann? Ich habe etwas. Ich habe etwas. Mal sehen. Oh, alles ist anders jetzt. Was ist das? Alles. Sie werden das Jahrzehund. Ich werde in Kontakt. Warte! Was ist... Ja, ich sehe dich rein. Jetzt probiere ich das gleich mal aus. Das kann nicht sein. Das muss ja... Das muss doch einprogrammiert sein. Du musst das doch ein Taster dafür geben, oder nicht? Mit F. Okay, ich konnte in der Mission einfach nicht das Jetpack ablegen. Das war von der Mission aus so. Junge, okay. Na gut, ich habe jetzt eh gespeichert und in der nächsten Session geht es dann in die Stadt. Also, bis zum nächsten Mal wieder, haut rein und tschüss.